Heyo Leute, willkommen zur nächsten Folge Survival... Okay, nochmal! Ja, 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 okay, Survival Games. Ey, Survival war drin! Heyo Leute, willkommen zur nächsten Folge Sky Survival mit Freaks AP. Hallo, hallo, hallöchen! Und ja, wir sind hier wieder zurück auf unserer Insel der Inseln... Alter, unsere Insel sieht schon richtig mitgenommen einfach aus und du hast einen Küperkopf, Alter. Boah, boah. Ja, Alter. Boah, boah. Boah, guck mal, boah. Boah, guck mal, boah, alter, guck mal da, Insel, ich war drauf und ich nehme jetzt Leitern und baue mich hier unten. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße, hast du einen Baum hier noch geflatzt? Ja. Alter, guck dir das mal bitte an. Sieht aus wie so ein Unfall hier. Ich hab übrigens hier die Öfen aus dem Haus auch geklaut, ne? Alter, klaust du auch noch fremden Menschen die Öfen, ey? Da war kein Mensch, da war nur ein Skelett drin. Mann, das arme Skelett! Das mich da voll getwilt hat, weil das den Boden weggemacht hat und mich getiltet hat. Das macht einfach den Boden weg, das Skelett. Hä, wie macht das... Das kann zaubern. Ja, ja. Winst du keinen auf Magic? Wieso haben wir Rahmen? Achso, du hast hier die Hälfte schon abgerissen. Ja, ja, klar. Ich hab mich gerade so gut gemacht, hä, wieso haben wir Rahmen? Wie Rahmen? Vor allem, wir haben drei Rahmen, aber nur eine Karte. Hä, ich hab gar nichts abgerissen. Ja, aber hier, äh, achso, der Baum ist ja vorgewachsen. Ja, ja. Hä, wo sind dann die anderen beiden Karten? Weiß ich nicht. Hä, nein, warte mal. Ist nicht nur... Ist nicht nur... Ein paar Rahmen und dann eine Karte da drin? Kann das sein? Echt? Hätte ich jetzt gedacht, dass das so eine Connected... Connected-Sache ist. Müssten eigentlich drei sein. Hallo? Schweinchen in der Mitte. Hä, wo sind die anderen Schweine schon wieder hin? Das kann nicht sein, Alter. Man guckt einmal nicht hin, ne? Einmal und es ist alles weg. Alles. Aber wirklich, der Rest ist alles weg. Hä? Ich hab mir übrigens noch nicht angeguckt, was der... Was, hm, machen kann. Warte mal. Kann man es am Maul halten, Alter? Ach, der kann man... Da kann man ein bisschen Kram eintauschen, auf jeden Fall. This is a trap. Ja, das meinte ich mit this is a trap. Ja, ja, genau. This is a trap, Alter. Ich glaub's auch. Guck mal, das ist doch gut gelöst hier mit den Leitern, oder nicht? Ja. Dann kommen wir zumindest schnell hoch hier. So, ich hol jetzt mal ein paar Karotten und vermehrt hoffentlich die blöden Viecher da. Weil das ist echt, also wirklich, die Viecher, die gehen mir richtig auf den Sack. Die nerven mich ein bisschen gerade. Was auch krass wäre, wenn man diese Map einfach mal wirklich als Challenge im Hardcore spielen würde. Alter, wir wären innerhalb von der ersten Folge safe call, wäre die Map gelöscht. Aber wirklich safe. Ja, ich glaub, ich war nach der... nach zwei Minuten oder so, weil ich... Ja, okay, nee, warte, zwei Minuten oben, ja, keine Ahnung. Nach fünf Minuten oder so war ich schon tot. Wir wären auf jeden Fall safe code tot gewesen. Also, das hätte... Code, ja, wir wären safe code gewesen. Genau, das wären wir auch. Ähm, aber halt, also, es wäre, ja, also, es wäre richtig geil gewesen, das Projekt. Also, hätte richtig lang gegangen, auf jeden Fall. Also, Respekt wäre das dann. Es wäre ein respektables Ergebnis gewesen. So, okay, warte mal. Oh. Haben wir eigentlich schon hier? Hier ist noch ein Stick drin, wo ich den Namen nicht lesen kann. Alter, wie lang ist der Name? Der wird mir nicht komplett angezeigt. Geil. Ich kann den Namen nicht komplett lesen. So, wo ist dein Freund? Wo ist Freundschaft? Ja, komm mal hier, beweg deinen Arsch, komm, beweg deinen Arsch, komm, her zu mir, komm. Los, los, beweg dich. Los, schneller, los, liebe, liebe die. Was ist los hier? Jetzt wieder zu deinen Freunden und sagt, liebt euch. Ja, genau. Hier, findet euch, Leute. Ah, ihr habt schon, sehr schön, wir haben hier jetzt gleich ein bisschen Schweinparty. Aber das ist auch ganz toll. Darf ich dich mit dem Stick einmal hauen? Ich will wissen, was der macht. Warte, hier, ja, mach mal, hau mal rein. Nix. Wow. Warte mal, warte mal, warte mal, jetzt vielleicht? Hm, nö. Der zieht mir nix ab. Der macht irgendwie nix. Der Stick, also der ist auf jeden Fall schon mal useless, also useful auf jeden Fall. So, hier ist ein bisschen Lederrüstung, willst du noch eine Lederrüstung haben vielleicht? Wenn der Hose und Schuh dabei sind? Ja, alles. Und Sticks sind hier auch. Und ein paar Schwerter hier. So, bitte. So, zu welcher Insel wollen wir denn als nächstes? Wollen wir uns da in die Richtung mal fortbauen? Oder wollen wir uns von der Insel da drüben in diesen Ball da reinbauen? Aber da brauchen wir ganz schön viel Materialien. Na, guck mal, da sind alles nur so kleine Bälle. Hm. Ja, gut, okay. Lass uns erstmal woanders hingehen. Erstmal hier, lass uns hier rüber bauen. Und die Kohle können wir dann gleich mitnehmen. Die Kohle. Und dann können wir da hinten lang gehen. Achso, wir können dann die Kohle. Die Kohle. Die Kohle. Okay, alles klar, Justin. Nehmen wir mal die Kohle gleich mit. Warum nicht? Ja, die Kohle. Das sind Kohle, kann man nicht mehr brauchen. Ja, 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 alter, man, man, man. Ja. Ja, Patrick macht wieder alles kaputt. Ja, ja. Boah. Ich überlege gerade, ob ich einen guten Flachwitz kenne, aber... Mein Gott, kein Ei. Ah, scheiße, ey. Füße hoch, der kommt flach, oder? Der war scheiße, der war scheiße. Also der, der war, also, schallerndes Gelichter, genau. Gelichter. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Das wird einfach nicht besser. Ne, es wird nicht besser. Von Folge zu Folge wird es immer schlimmer. So, Leute, okay, wir haben jetzt erstmal... Ich war mal drüber, Gott. Ach ja. Justin baut sich auch schon mal mit Erde rüber. Läuft bei dir, Justin. Wollt. Oh, Alter, das ist so... Ich muss mich richtig zusammenreißen, ey. Oh, hier, kannst du weitermachen. Ich musste mich gerade richtig zusammenreißen. Also ich nehme mal eben so einen kleinen Schubs und, äh, ja. Ne, du weißt schon. Das kenne ich. Da muss ich richtig zusammenreißen, ey. Das hatte ich bei dir damals auch immer. Die Hand hat echt schon gekribbelt, würde ich mal... Also so würde ich es mal ausdrücken, auf jeden Fall. So, ich habe jetzt eine Goldspitzacke mit Schärfe, bla bla bla, hier. Damit kannst du halt nicht alles abbauen, ne? Damit kannst du kein Gold und Redstone abbauen. Hallo, Party Kings. Oh. Was ist das? Alter. Alter. Geht's noch? Ja, so ein bisschen. Alter, ey. Geht's einfach nur rein. Richtig in Stärke. Da brauche ich den Boden am besten unter uns, ja. Oh. Yolt, hier. Da haben wir ein bisschen Yolt gefunden. Das ist aber schön, das Yolt. Das ist schön, das Yolt. Oh. Ja, schön. Oh. Mann, warum? Wieso regnet es eigentlich immer? Ständig. Durchgehend auf dieser Scheiß-Map. Ja, in jeder Folge einmal, ne? Ja, ohne Scheiß. Wie kann das so oft regnen? Kann man regnen nicht irgendwo? Oh, ich guck. Ich guck nachher in den Server-Propeties, ob man das irgendwo ausstellen kann. Obwohl, ich weiß nicht, ob man das in Vanilla auch kann. Kann mich nur daran erinnern, dass es das, das ist das. Dass du das über Bucket machen konntest. Oder irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Plugin, ich glaub, irgendwie WorldGuard oder so. Alter, das ist ja richtig nervig. Ich hasse das. Ja. Das ist richtig ätzend. So, warte mal. Ich komm mal jetzt mal wieder zu dir da rüber. Ist ja geil, wenn man die Textur und, also den Sound kann man ja auch schon, wenn man die Textur auch einfach rausstellen könnte. Wie die Texturen? Also vom Regen und alles. Achso. Dass du den nicht mehr siehst. Ich glaub, das kann man auch irgendwo, meine ich. Ah, ich wollte, genau, ich wollte den Sound vom Regen ausstellen. So, warte mal. Wetter aus. So. Haben wir mal. Ich hätt eh nur auf 20 Prozent. Sonst würde ich gar nicht so schnell merken, dass es regnet, weil ich ja hier drin war. Ich hab's nur halt leise gehört. Nein. Oh Gott. Ach du Scheiß. Achtung. Was hab ich da gerade abgebaut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas. Ach doch, ich hab's gekriegt. Eisenerz war's. Ich dachte... Ich hab grad fragen, ob wir, wo wir zu brauchen. Aber ja, stimmt, brauchen wir. Wofür? Ach, wir müssen Redstone-Block bauen bestimmt, ne? Ja. Für die Quests. Wir brauchen alles eigentlich. Leider Gottes brauchen wir mal alles, ey. Oh. Was hast du gemacht? Weißt du, was mir grad auffällt? Ich hab die ganze Zeit so Redstone und alles. Jetzt hab ich ein Angelt abgebaut. Aber ich hab nur ne Steinspitzhacke. Ja. Aber warte, ich hab vier Eisen bekommen. Ich brauch mir ne Eisenspitzhacke. Super. Also, ich würd sagen, das läuft doch schon mal. Wie am Schnürchen hier. Ja, wir sind voll die Minecraft-Pros, ja. Ja. Mann, 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 ey. So. Ah. Gott. Dammit. Oh Mann, Alter. Da fällt einem echt nix ein. Da fällt einem auch echt wirklich nix mehr zu ein. Ja. Oh Mann, fällt alles runter. So. So ist das Goldärzte. Damit sollte ich vielleicht nicht zubauen, ne? Ach, nö. So. Was ist los? Da kann man auch meinen Rest mal zumachen. Ja, aber ich brauch trotzdem mal deine Spitzhacke. Sonst wird das nix hier. Danke. Na, Creeper? Na. Alter, ich bin der Creepermann. Pass auf. Der Creepermann, der alles ändern kann. Jetzt kannst du er. Und Krassblöcke. Alter, ich muss gerade richtig ein bisschen aufpassen hier. Nein. Uh, scheiße. Jetzt ist es weg. Äh. Pff. Nein, das ist runtergefallen. Das nicht. Das nicht. Das ist scharf. Und ein Creeper. Scheiße. Alter, ich baue hier gerade den ganzen Boden kaputt, ey. Fuck. Okay, fuck it, Alter. Uh, uh, uh. Hä, das war's? Hier war nur eine Kiste auf der Insel? Hä? Let's op. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich kann nur nicht nur eine Kiste gewesen sein. Hier muss ja noch mehr sein. Guck mal unten drunter irgendwo oder so. Ist da nicht irgendwas? Ey, jetzt muss ich mich mal runterbauen hier. Nein. Ich sehe nichts. Es ist weggefallen. Äh, aber warte, ich hab's Tick und ich hab cool. Ich mach mal eben fackeln. Oh, scheiße. Oh, Gott, was tue ich hier, ey, Leute? Bitte seid mir nicht böse, dass ich manchmal hier ein bisschen dumme Aktionen veranstalte. Aber. Manchmal? Ich wollte halt jetzt hier gerade nicht so irgendwie, weiß ich nicht, das ging gerade alles überhaupt gar nicht irgendwie. Ich hab's gerade nicht auf die Kette gekriegt. Was ist hier denn los? Justin, was tust du da unten? Du hast gesagt, ich soll unten gucken. Hey, ist doch... Ach, ich dachte gerade, ich wollte gerade sagen... Ach so. Hä? Hier an der Seite? Hast du hier schon mal an der Seite geguckt? Nö. Der guckt schon an die Seite. Nö. Aber ey, ich hab Kohle gefunden. Hier ist noch was. Ja, sehr gut. Ja, ne? Hier ist ein Wasserfall. Und hier ist ein Schaf. Alter, verpiss dich. Ja, ein Schwein ist hier auch irgendwo auf der Insel. Ich hab dir ein Schaf jetzt runtergekriegt. Äh, Bad Boy. Oh Mann, das arme Schaf, doch. Ja, ein Schwein ist hier auch noch irgendwo. Ja. Also Leute, bei diesem Let's Play sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Wollte ich nochmal einmal anmerken. Nein, die fallen nur runter. Ja, ja, die sind auf jeden Fall nicht zu Schaden gekommen. Also die sind unten irgendwo, aber die kommen natürlich nicht zu Schaden dabei, also. Ja, unten ist irgendwo so ein weiches Fiederbett. Ja, ja. Natürlich, klar ist das so. Anders kann das gar nicht sein. Oh Mann, Alter, okay. Oh Gott, dammit. So. Okay, jetzt erstmal hier ganz schnell das abbauen. So, zack. Oh, und zack. So, Alter, ich baue jetzt gerade erstmal die ganzen Bäume ab. Aber wir sind schon richtig weit gekommen, dafür, dass wir jetzt in der fünften Folge sind. Ist das die fünfte? Vierte noch? Fünfte? Weiß ich nicht. Scheiße. Okay, auf jeden Fall, äh, ja, dafür sind wir schon echt weit gerade. Also, dass wir hier schon Parkinseln erkundet haben, ey, das ist auf jeden Fall ein Wunder. Und, äh, ja Leute, ich würde sagen, das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.